Und hallo, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge mit den Erlebnissen der Gansnuss-Familie. Und zwar geht es heute weiter mit Space Montezumas Rache, also Montezumas Rache im Weltraum im späten 22. Jahrhundert. Äh, wurde bewiesen, dass Ancient Aliens pretty much alles gebaut haben, was wichtig ist auf der Erde. Galaxy Force Scientists glauben, dass diese Galaxie ist, wo die herkommen, die Aliens. Okay, gut, ich werde nicht alles auf Deutsch übersetzen, weil das dauert zu lange. Oh, ja. Ja, Jenny Aliwey, okay. Wir haben leider keinen Toffee Gansnuss diesmal. Mal gucken, was haben die denn für Werte? Also sie hat Wissenschaft und Bravado. Er hat, äh, oder sie, sie hat Captain Forever, hat drei Diplomatie und zwei Wissenschafts, auch gar nicht schlecht. Also, ja, Halber hat drei Werte. Zwei Verteidigung, zwei Wissenschaft, das ist auch durchaus nicht schlecht. Und dann noch ein Bravado dazu. Hm. Hm. Was nehmen wir denn da mal? Ich glaube, sie hier mit drei Diplomatie ist schon die richtige Wahl. So, ist die Nichte von Toffee Gansnuss, die andere. So, wir haben auch, äh, leider keinen Dr. Douglas hier. Lake Kobilius. Äh, ich denke mal, Camina Marin passt am besten zu unseren Werten, die wir bis jetzt haben. Nehmen wir sie mal. Und auch hier kein Dr. Douglas. Also hier haben wir zwei und eins. Das sind im Grunde genommen die Werte, die ich noch brauche. Äh. Obwohl drei Bravado hier wäre auch nicht schlecht. Aber nehmen wir mal Brickstonewood wieder. Okay. Was, ich kann mir noch einen aussuchen. Okay. Hm. Dann, äh, diese lustige Vulkanierin hier. Shell Don. Okay. Nehmen wir sie. So, das sind doch Werte, mit denen man arbeiten kann. Da sollen wir hin. Da reisen wir los. Dann mal gucken, ob wir überleben. So, äh, also zwei in Hülle, wäre schon mal gar nicht schlecht. Und, ähm. Okay, hoffen wir das Beste. Dieses Spiel ist manchmal nicht sehr logisch. Okay. Pink Nebula. Pink Nebula. Your manufacturing robot, MK421, has constructed an exact copy of herself. She informs you, that she has lots of ideas and wants to make more friends. This makes you a little uneasy. Her green eyes blink at you, awaiting your orders. Offer her the full use of the lab. Draft a non-aggression pact. Check her motivation drive. Ich denke mal, diplomatie ist gut. Perplex. Do you not trust me, Captain? You reassure MK421, that this is for her protection as much as your own. A horde of robot creations is a big responsibility. T's clenched. You hand her the pen to sign the agreement. Gott sei Dank. Kriegen wir Cro, ne? Ja, 5 Cro, sehr gut. Okay. Das ist ein Klasse 0, da kriegen wir Hülle vielleicht. Und hier kriegen wir einen Mystery Prize. Fliegen wir mal hier hin. You hear a strange ticking coming from the ship. You take it to the nearest repair shop. A real seedy, back-of-the-galaxy kind of place. A big lizard mechanic in overalls says it's your warp core, the most expensive part to replace. Second opinion. Verliere ich Fuel, wenn es in die Hose geht. Und hier verliere ich Nahrung, wenn es in die Hose geht. Also, Fuel, glaube ich, habe ich mehr. Ach, Gott sei Dank. Okay, bis jetzt läuft's ja ganz gut. Toi, Toi, Toi. Orange Nebula gibt's Essen. Hier gibt's okay Essen. Das ist immer gut. Du bist in die Hose geht. You're hailed by an angry Wrack. You've flown into their territory without permission. According to tradition, you must now face the Wrack Champion Space Jaws for the right to pass. As the Interloper, you may choose a type of Space Jaws. Ich glaube, Hülle können wir verlieren. War klar. Two Marshmallows with Toothpicks are placed in the microwave. Both expand and expand and expand. The microwave explodes, damaging the ship. Oh dear, you didn't account for Space Great Marshmallows. Drei von der Hülle. Wow. Nebel. Das ist eigentlich egal. Fliegen wir mal hier hin. Your ship's status installs. A shimmering spectral cube with six distinct faces appears before you in the dark of space. You are in the presence of the Grook. Your probability matrix spins out of control. You must roll the die or die. Dann machen wir natürlich Address the site currently facing you, weil das ist Diplomatie. Davon habe ich viel. So. The Grook says, you have no imagination. It's such a pity. Diplomacy is a tool for lesser beings and lesser minds. I can't bear to let you travel around boring people to death. Perhaps if you empty, if I emptied your fuel tank a bit. Igitt. Was machen die? Die kaufen Essen. Let's trade for resources. Okay. Dann geht's ja nur hier hin. Oh Gott. You are hailed by a plump, cross-legged alien in a scruffy bathrobe, tube, socks and sandals. Namaste. I'm the doting Dalai, guru of goodwill. Evil abounds, the galaxy. So I'm bathing all passing ships in a ray of pure joy and love. Taste the rainbow. The rainbow wave washes over your whole ship, filling everyone with happiness, joy and love. How wonderful, right? Ugly, badly made scarves and sweaters show up everywhere on board. Gifts made with love. Several of the crew, who wear the ugly gifts to avoid hurting the guru's feelings, are admitted to medbay with allergic rashes. Okay. This is a super rich, emerald, green, nebula, most of the nebulae are in this. Okay. Oh yeah, one of your officers contracted cosmic cholera. This rare strain of cholera is caused by drinking contaminated holy water. Uh, so don't drink that fake water. Okay. You've been bothered. Oh great, it's an inebriated galactic mooch, the Kapalka. Hey, Kapal, let's get, let's get this party shotten. I'm super hungry. What's for dinner? Oh, wait, wait, wait. Let's go to Kepler Burger and, hey, the Kepler, Kapalka got your invite. Okay. Versuchen wir's mal. Kapalka. Stop, 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 stop. Sehr gut. Das ist ja schon mal, da gibt's Nahrung, das wäre auch sehr gut, wenn's die gäben würde. Weil wir haben nicht mehr vier. During dinner, one of the ensigns in the cafeteria made the deadly mistake of mixing pasta with antipasto. The entire dish has destabilized and it's threatening to cause a catastrophic carbohydrate cascade. Eat it quickly. So gute Chancen. Naja, immerhin plus drei. Nahrung. Fliegen wir mal zum SOS-Signal. You hear a knock on the door to your quarters and one of your officers cracks the door open. Hey, I just wanted to apologize for earlier. It won't happen again. You're not entirely sure what this transgression was, but all is forgiven. Sehr gut. Galaxy Force has received a distress call from a crew filming a nature documentary. Nicht schon wieder die Natur-Dokumentation. Sollen wir in der A-Team schicken? Hm. Nee, danke. Das ist mir zu langweilig. Das hatten wir schon zweimal. Oh je. You get a warning from the ship's AI. A pipe containing hyper-chilled fuel is about to rupture and cause damage to the ship. The AI recommends you dump the fuel into space. Na gut. A group of adorable furry aliens want to trade you for food and fuel for your broken computer parts. What a great deal. You invite them on board. Unfortunately, your crews or allergies kick in as soon as they step out the airlock. Whip a queue up real quick. Yeah. Your science nerds claim they can't test the cure on scientists without years of study. Impatient, you grab the hypo and inject the nearest crew member. They go on a histamine-fueled rampage through the lab before being put down. Oops. Okay, wir haben nicht mehr viele Manschatz-Mitglieder. Sensors show a massive vessel approaching. All channels are jammed with a catchy tune. It's a Megamart Superstore. Galaxy Force ships can't repel bargains of this magnitude. Your crew turned to go with big doe eyes. This is gonna be costly. Okay, machen wir Bravado, weil da haben wir momentan den höchsten Wert. Ach, nur noch eine Forschung. Wir haben aber mit drei angefangen. A crimson tide washes over the Omega Mart as your ensigns scramble to find something to buy. On Galaxy Force time, you chuckle to yourself and await their return. None of them come back and you get a call from the Galaxy Force Credit Union. Oh Gott, nur noch sechs. Wie weit, ups, können wir hier gucken, wie weit wir noch müssen, weil, nee, können wir nicht. Oh Gott, wir haben schon kein Essen mehr. Daaaah! There's an outbreak on the ship of Mechameasles and one of your officers has become infected. Unlike most diseases, Mechameasles actually starts off as a computer virus that spreads into the real world. Remember to browse safe everyone. On a routine visit to science lab you come upon two scientists having a very heated argument about how many lights there are in the lab. One scientist swears there are three, the other claims there are four lights. You see four lights. Okay. Minus Essen. Oh, shit. You should have stopped at Kevlar Burger. That's nice. Alle verhungern. A finely dressed man hails you and explains that you have trespassed through his territory and must pay the toll. You reach for your wallet. Your first officer explains that he is a notorious slave trader. You put your wallet down. Ugh. Bleibt ja nur das hier. You calmly inform the slaver that you are coming aboard as a payment for the toll. Even though you give a sly wing, your first officer's bewildermented expression, doesn't change. Bin ich mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt. You arrive on the ship and convince people to join your daring escape. After collecting two tubes of new toothpaste, three rolls of pigeon tape and countless trash bags, you return safely to your ship with some new crew members in tow. So. Aber leider immer noch kein Essen. Okay. Incredibly dead. Starvation, 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 hugged to death, 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 to death. Mixed pasta with antipasto, mixed pasta with antipasto. Ah, yeah. Drowned in space mucus. Okay. Lost the endless Isles of Formiga. Okay. Ja, es war eine kürzere Episode, aber machen wir mal beim nächsten Mal einen neuen Versuch hier. Vielleicht kommen wir dann wieder zum originalen Toffee Gansnuss, der sich hier beweisen kann. Und zu Dr. Douglas, die leider schon länger nicht aufgetaucht sind mehr. Aber okay, drückt die Glocke und schreibt einen Kommentar und Daumen nach oben. Danke. Ciao.